Hi Leute von YouTube, Grüße von Twitch, wir bedanken uns einfach bei meinem Busfahrer. Wir sind jeden Tag 24 Uhr live und wir wurden in der letzten Runde von Center verprügelt. Das ist sehr belastend. Aber gucken wir mal, wo wir jetzt hingehen. Ich würde sagen da hinten. So ein bisschen abseits. Komm, starten wir von hier aus. Machen wir mal so einen schönen langjährigen Weg. Ich wäre aber nicht auf jeden Fall gekommen. Komm, lass hier irgendwo hin. Da das Haus. Gar kein Grund, hier irgendwas setzen. Hä, was für Gefahr? Nichts Gefahr. Jetzt gehen wir direkt hier bei der Farbe runter. Hier ist noch einer, der hier runter geht. Okay, wo geht der hin? Nicht zu mir. Wundervoll. Hier habe ich also meine Ruhe. Hier haben wir auch direkt ein Auto, können wir hin. Doch, hier kommt der runter. Mit einem sehr hässlichen Skin. Okay. Direkt Waffe. Scheiße! Die automatische Rage-Schrot ist einfach zu OP, sind wir mal ehrlich. Naja. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Benutzt meinen Creator. Oh Gott, das waren zwei schreckliche Runden hintereinander. Ich geh mich heute mal ein bisschen selber schämen. Ich geh mich heute einfach mal ein bisschen selber schämen. Tschau Leute. Tschau Leute. Einbauch wo sich ja,